Stream läuft. Stream. So, auch hier wieder eine offizielle Ankündigung. Unser IT-Pirat Tobias Stenzel stammt aus der Oberpfalz und wird uns jetzt Redmine in Muttersprache erklären. Er hat schon gesagt, wenn ich das mache, versteht mich hier keiner. Lass uns mal überraschen. Ich freue mich, dass du gekommen bist und sage einfach mal, leg los, wobei ich noch dazufügen muss, auch du bist ja geadelt worden als Inhaber einer Firma namens SKP. Laut Zeitung, den Ausschnitt schicke ich dir bei Gelegenheit. Also, leg los und danke. So, hallo. Also, mein Beitrag zur Tool-Diskussion geht schon weiter. Ich finde es mir schwierig, Redmine so mit einem Begriff zu bezeichnen. Also, ich überlege da schon länger, aber mir fällt da nichts Passendes ein. Aber wir haben jetzt heute schon gehört, Diskurs, das ist irgendwie so ein Made-in-Listen-Killer, so der Nachfolger. Da habe ich mir gedacht, ich nenne es mal Wiki-Killer. Also, ich würde mir wünschen, dass es zumindest das Wiki in Teilen ablöst. Warum es eine gute Idee wäre, versuche ich jetzt mal darzustellen. Ja, erstmal zu mir. Mich kennen wahrscheinlich noch nicht alle. Also, wie gesagt, Tobias Stenzl, bei den Piraten meistens bekannt als SKP. Ich habe eine Melling-Adresse. Ich habe Jabber. Ich habe auch Twitter. Ich habe auch so einige Jobs bei der Piratenpartei. Ich bin zum Beispiel stellvertretender Vorsitzender des Bezirksverbands Urpfalz. Ich bin Mitglied der Bayern IT. Ich mache dort Redmine, Wiki-Arguments, Web-Server, Diskurs und noch einige Dinge. Dann bin ich auch Beauftragter für die Kontakt-Datenbank des Landesverbands Bayern. Sowas gibt es. Dann mache ich noch nebenbei ein bisschen Basisentscheid. Und so ganz nebenbei bin ich dann noch Softwareentwickler an der TU München und mache da auch so ein bisschen Redmine-Gebastel. So. Also, was ist Redmine? Erstmal eine Web-Anwendung. Kann jeder in seinem Browser ausführen. So ganz grob gesagt ist es ein Werkzeug zur Projektorganisation. Wird vor allem in der Softwareentwicklung verwendet. Wird aber mittlerweile auch für alle möglichen Dinge genutzt. Zum Beispiel für wissenschaftliche Arbeit. Das ist so meine Aufgabe an der TU. Es wird jetzt auch immer mehr von Piratengliederungen genutzt. In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich gibt es sehr viele Beispiele. Also vergleichbare Werkzeuge, so grob. Es gibt zum Beispiel Jira, was relativ ähnlich läuft. Kennt jemand Jira? Okay. Was man so teilweise vergleichen kann, auch OTS, was bei uns immer so Wanninger genannt wird. Wer kennt Wanninger? Nein. Wer mag Wanninger? Okay. Also was ich bei Redmine besonders schön finde, ist, dass es leicht anpassbar ist. Deswegen ist es auch für sehr viele Aufgaben benutzbar. Man kann sehr viel über die Oberfläche einstellen. Also wenn Leute zu mir kommen und sagen, okay, irgendwie bei Redmine, dieses Ding passt da nicht. 80% der Falle kann ich einfach durch andere Konfigurationen lösen. Wenn das noch nicht ausreicht, Redmine ist Open Source, steht unter GPL. Man kann das also auch relativ leicht anpassen. Der Code ist auch vernünftig aufgebaut. Also man findet auch den Kram, wenn man mal irgendwas erweitern muss im Code. Man muss auch nicht direkt in Redmine rumhacken, sondern man kann das Ganze einfach über Plugins erweitern. Da gibt es schon hunderte. Ich habe ja auch schon ein paar geschrieben. Also wenn da jemand irgendwelche Funktionen noch braucht, die er ganz drin vermisst, kann man oft einfach per Plugin regeln. Das Ganze hat ein ziemlich ausgefeuertes rechte System. Man kann genau festlegen, wer da was, wer da was lesen, wer da was editieren. Und das ist auch sehr umfangreich einstellbar. Was ich auch gerne nutze, man kann es sehr einfach mit anderen Systemen verbinden. Also man kriegt die Daten auch wieder raus, per Skript oder wie auch immer. Das Ganze hat eine Webschnittstelle, eine REST-RP. Ich habe es auch schon mehrfach genutzt. Also man kann da sehr einfach an die Information wieder rankommen. Das finde ich immer sehr wichtig, damit das nicht zum Datengrab wird, wo man nicht mehr rankommt. Das ist immer sehr unschön. So, das Grundprinzip von Redmine, es ist ein Ticketsystem, grob gesagt. Und so ein Ticket kann wirklich alles Mögliche sein. Da kann man sich sehr viel ausdenken. Zum Beispiel klassischerweise eine Aufgabe oder es kann ein Termin sein. Es kann eine Anfrage sein, die per Mail reingekommen ist. Es kann jetzt bei der Partei ein Umlaufbeschluss sein. Es kann eine Bestellung von irgendwelchen Artikeln sein. Da kann man sich noch viel mehr überlegen. Zu so einem Ticket gehören verschiedenste Informationen. Die werden in Feldern gespeichert. So je nach Tickettyp gibt es da die unterschiedlichsten Felder. Das kann man auch alles selbst einstellen. Was die meisten so gemeinsam haben, alle haben irgendwie einen Titel. Wenn wir zum Beispiel Wahlunterlagen vorbereiten, das sollte man schon ungefähr erkennen können, um was es geht. Dann haben die einen Status. Also wenn man die anlegt, sind sie neu. Dann kümmert sich irgendjemand darum. Dann sind sie in Bearbeitung. Und dann irgendwann sind sie hoffentlich auch mal abgeschlossen. Dann kann man ein Enddatum definieren, zu dem das Ganze fertig sein muss. Auch immer sehr wichtig, jemand ist verantwortlich. Muss nicht der sein, der es dann auch wirklich tut, aber zumindest einer, der schuld ist, wenn es nicht passiert. Dann gibt es noch eine ausführliche Beschreibung. Da kann man eben beliebig einen Text einfügen, um das Ganze näher auszuführen. Damit das Ganze auch nicht jetzt total grotisch wird, ist das Ganze auch organisiert. Die Organisationseinheit nennt sich Projekt. Alles, was irgendwie in Redmine herumkriecht, gehört zu einem Projekt. Also auch alle Tickets, die man so anlegt. Bei einer Partei bietet es sich an, dass man einfach die Gliederungen nimmt. Also zum Beispiel gibt es da ein Projekt namens Oberpfalz. Dieses Projekt Oberpfalz hat dann wieder Unterprojekte, zum Beispiel eine Kreisverband Regensburg. So kann man das beliebig weit dann schachteln. Also man kann dann noch Projekte anlegen für Termine, für den Parteitag oder was auch immer. Man kann bei einem Projekt festlegen, ob es komplett öffentlich läuft oder nicht öffentlich läuft. Im nicht öffentlichen Fall kann man dann über die Berechtigung genau festlegen, wer da was lesen und so weiter. Also öffentlich heißt, jeder, der per Browser auf die Seite geht, kann das dann auch wirklich lesen und die Informationen abzapfen. An die Berechtigungen, die werden nach einer Gruppe oder für Einzelpersonen vergeben. Meistens läuft das bei uns über eine Gruppe. Zum Beispiel gibt es eine Gruppe namens Bezirksvorstand Oberpfalz. Da ist definiert, die darf im Projekt Oberpfalz alles tun. Die Mitglieder, die haben eine eigene Gruppe. Die dürfen nur Tickets anlegen. Die können zum Beispiel über den Weg Anträge einreichen, Vorschläge für Materialbestellungen machen und so weiter. Neben den Tickets gibt es noch zig andere Module, die man optional dazunehmen kann. Also es gibt auch so eine Blog-News-Funktion, die ganz nett ist. Es gibt ein eingebautes Forum, was wir jetzt nicht wirklich so nutzen, was ganz nett ist durch die Zukunftsbeschränkungen. Also wenn man mal wirklich intern was diskutieren muss, ist es ganz nett. Man kann Dateien ablegen in Projekten. Man kann sowas wie Business-Artikel erstellen. Da gibt es auch für die Fälle, in denen das Lirgänse reinpasst, kann man einfach einen Wiki-Eintrag machen. Das ist so integriert. Also auch mit der ganzen Rechteverwaltung kann man auch genau festlegen, wer darf was. Und dann gibt es noch zigtausend andere Möglichkeiten, die man dann auch einbauen kann über Plugins. Zum Beispiel nutzen wir in Bayern auch dieses Kontakte-Plugin. Damit haben wir eine Kontakt-Datenbank aufgebaut. Die Daten, die sollen von den Bezirksvorständen eingetragen werden, meistens mache dann ich das, weil es nicht ganz so perfekt läuft. Also wenn irgendwo ein Kreisverband seinen Vorstand neu wählt oder ein Bezirksverband am besten die Daten an mich schicken, dann trage ich die zeitnah ein und alles ist aktuell. Also momentan läuft es so, dass das Ganze vom Landesvorstand genutzt wird. Der kann da Daten nachschlagen. Also wenn Sie die E-Mail-Adressen aller Schatzmeister brauchen zum Beispiel, kann man das über das System relativ einfach abfragen. Wir wollen das auch in Zukunft dann auf die Bezirksvorstände ausdehnen, damit die auch sinnvoll damit arbeiten können. Also man kann die Sachen auch optional an support.at.piratenpartei-barn.de schicken, dann aber leider ohne Verschlüsselung. Demnächst werde ich auch noch ein Formular anbieten, damit man das einfacher eintragen kann und nicht jedes Mal eine E-Mail schreiben muss. So, für wen ist es denn geeignet oder für wen ist es denn gedacht? Am meisten wird es in der Partei von Vorständen benutzt. Sehr oft nutzen die Redmine für Umlaufbeschlüsse, zum Beispiel auch der Landesvorstand, der Bundesvorstand und viele andere Vorstände auf verschiedenen Ebenen. Dann wird es auch hin und wieder für die Dateioblage benutzt. In der Oberpfalz zum Beispiel legen wir die Protokolle, die Aufzeichnungen der Sitzungen dort ab und Formulare, die wir so brauchen. Und natürlich, so die Uraufgabe von Redmine ist die Projektverwaltung. Also man kann auch Aufgaben verteilen über Tickets. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Bezirksparteitag ansteht, kann man sehr schön sagen, wer kümmert sich um was und ist es schon erledigt. Und jeder kann reinschauen und den aktuellen Status feststellen. Das meiste davon ist auch öffentlich. Also auch die Mitglieder können jederzeit schauen, ob der Vorstand seine Arbeit tut und so weiter. Ich denke, das ist auch für die Transparenz schon sehr vorteilhaft. Bei der Bayern-IT nutzen wir schon relativ lange für Dokumentationen. Das ist ein internes, geschütztes Wiki mit sensiblen Daten, deswegen eben intern. Das wird auch so ein bisschen für Softwareentwicklung benutzt. Wir hatten mal eine SG-Development, die ist aktuell, glaube ich, nicht mehr so aktiv. Die hat auch ihren Code abgelegt und Bugs eingetragen. Aber auch jedes Mitglied kann ein eigenes Projekt beantragen. Also wenn jemand ein Projekt gerne hätte, um zu testen oder um da seine Aufgaben zu organisieren, einfach an mich wenden, ich lege das an und er darf dann darum spielen, so viel er will. So, wo gibt es denn so Red-Mein-Instanzen? Also wie gesagt, auf Bundesebene. Das ist sehr interessant, wenn man da mal reinschaut, da sieht man alles, was vom Bundesvorstand so beschlossen wird. Und komischerweise unter verwaltung.piratenpartei.de In Bayern heißt es einfach redmain.piratenpartei-bayern.de Interessant ist auch noch die Schweiz. Die nutzen Red-Mein schon seit ziemlich vielen Jahren. Und was auch interessant ist, in der Schweiz hat Red-Mein das Wiki komplett abgelöst. Die haben, ich glaube, vor drei Jahren das Wiki einfach abgeschaltet, weil alle gesagt haben, okay, wir brauchen das Wiki nicht mehr. Red-Mein kann mehr. Und wenn man wirklich ein Wiki braucht, legt man das in Red-Mein an. Also man muss nicht mehr alles in dieses große zentrale Bundes-Wiki reinmüllen sozusagen, sondern man kann alles schön nach Projekte aufteilen, hat dann eine gewisse Ordnung, man kann Rechte gut vergeben. Das hat schon eine Menge Vorteile, denke ich, im Vergleich zum Wiki. So, das war es dann schon mal. Ich würde gerne ein bisschen was live zeigen, weil wenn man das so hört, dann ist es vielleicht nicht so klar, was man das alles machen kann. Am besten, man schaut sich das mal an. Also wenn jemand mitmachen will, einfach Laptop auspacken, anmelden, jeder kann sich registrieren. Oder wenn ihr das dann zu Hause mal machen wollt, ich zeige es mal kurz. Also wenn ihr auf redmein.piratenpartei-bayern.de geht, kriegt ihr erstmal diese schöne Startseite, die ich demnächst mal ein bisschen umgestalten will, weil das nicht so wahnsinnig hilfreich ist. Also man kann sich den Text in der Mitte mal durchlesen, da sind ein paar allgemeine Informationen dazu, wie das Ganze läuft. Ihr könnt euch oben rechts einfach registrieren, darf jeder, ich werde es dann bestätigen. Also es ist sinnvoll, einen Namen oder eine IMA-Adresse anzugeben, die man zumindest halbwegs überprüfen kann. Also ich würde gerne nur Mitglieder reinlassen. Wenn jemand anonym bleiben will, kann man das auch irgendwie regeln. Also man muss halt nicht seinen echten Namen angeben. Also geht ihr einfach auf Registrieren und gebt die Daten ein. Die E-Mail kommt dann zu mir und ihr bekommt dann möglichst schnell die Freischaltung. Also wenn man irgendwas wissen will, die Suchfunktion funktioniert tatsächlich ganz gut. Also wenn man jetzt gerne mal was zu Schwaben wissen will, kann man mal schauen, was steht da schon. Ja, ein bisschen was. Also Schwaben nutzt, reden wir jetzt noch nicht so wirklich. Man sieht ein paar Umlaufbeschlüsse vom Landesvollstand. Oberbayern hat irgendwas beschlossen. Gibt es noch was aus dem Bereich Verkehrspolitik. Ein bisschen interessanter wird es, wenn man nach Oberpfalz sucht, weil wir das schon länger nutzen und recht intensiv. Da kriegt man dann 91 Treffer, was relativ viel ist. Wenn man da noch ein bisschen genauer filtern will. Hier sind die ganzen verschiedenen Kategorien. Also wenn man jetzt mal auf Projekte klickt, kriegt man nur die Projekte, die irgendwas mit Oberpfalz zu tun haben. Hier gibt es dann unser Oberpfalz-Hauptprojekt. Wenn ich da mal reingehe, wir haben das ein bisschen schön gemacht, dass man rechts einfach mal sieht, was gibt es hier alles, was kann man machen. Also man kann Termine eintragen, man hat eine Ticketübersicht, es gibt einen News-Bereich, es gibt die Dateiablage und so weiter. Man kann Anträge an den Bezirksvorstand stellen. Die News-Abteilung sieht so aus, also einfach so blockmäßig. Und das Schöne ist, wie gesagt, man kann Redmine ganz gut mit anderen Sachen verbinden. Bei uns läuft das so, die Beiträge hier gehen automatisch auf eine Announce-Mengeliste, läuft automatisiert und sie tauchen auch auf der Oberpfalz-Webseite auf. Ich hoffe, die geht jetzt. Sehr schön. Also hier rechts gibt es dann einen Feed, läuft über Atom. Kann man sich einfach anschauen, hier die Partei-Ankündigungen sind genau diese gleichen Beiträge und wenn man hier draufklickt, kommt man auch direkt auf den entsprechenden Beitrag in Redmine. Sieht aus dem Mail quasi genauso aus. Wer will, kann sich den Gramm auch selbst abonnieren. Unten gibt es dann hier auch, ups, schlecht. Bisschen versteckt unten rechts, auch abrufbar als Atom. Da kann man hier einen Feed abonnieren, bringt immer die aktuellsten Neuigkeiten, kann man für alle Bereiche machen, auch für Umlaufbeschlüsse oder was auch immer, was man gerne im Browser sehen würde oder in seinem Feed-Reader. So, was gibt es noch Schönes? Es gibt das Bezirksvorstandsprojekt, da haben wir unsere Beschlüsse. Es gibt dann so auf der Hauptseite die Übersicht, was gibt es denn so, je nach Kategorie. Also wie gesagt, ein Ticket kann alles sein. Es gibt ein paar allgemeine Sachen, es gibt Termine, es gibt Anträge, es gibt Umlaufbeschlüsse, da sind gerade zwei offen, öffentlich, sieht man hier dann. Kann man sich wieder auch abonnieren oder als PDF runterladen, wer es unbedingt braucht. Kann man auch mal sich näher anschauen. Einfach aufs Thema hier klicken. Dann kriegt man hier die Übersicht, wer hat wie abgestimmt, wie lange läuft die Abstimmung noch, wann wurde das eingestellt, wer wird sich darum kümmern später und so weiter. Also hier Freitext, einfach Antrag, Begründung. Was auch immer sehr gut ist für die Transparenz, man kann unten nachvollziehen, was genau passiert ist. Also vor zwei Tagen hat unsere Vorsitzende abgestimmt, hat mich auch abgestimmt und so weiter. Sieht beim Bundesvorstand sehr ähnlich aus und beim Landesvorstand läuft es auch so. Ich habe so als Versuch mal eine kleine Terminverwaltung auch eingebaut. Das ist auch ganz nett. Hier stehen dann die zukünftigen Termine mit drin. Also das sind jetzt ja alle, auch die vergangenen. Es gibt ja so Abfragen. Ich habe mal definiert, hier gibt es alle kommenden Termine der Oberpfalz. Da kriegt man dann, ja, momentan ist nicht so viel los. Es gibt eine Vorstandssitzung, irgendwann mal. Es gibt einen Bezirksparteitag. Und hier ist es auch wieder so, das Ganze ist synchronisiert. Der Kram taucht hier oben auf der Website auf, hier rechts. Man kann sich das auch wieder als Feed abonnieren. Wenn man einen Termin bestätigt, es gibt so, also Status bestätigt, heißt der Termin wird so stattfinden. Und sobald es bestätigt wird, geht eine E-Mail automatisch an die Announce-Liste, dann weiß jeder Bescheid. Automatisch wird auch dann der Termin im Bayern-Kalender eingetragen. Das findet man dann auch. Hoffe ich. Ich denke, der Event-Kalender ist schon bekannt, oder? Wird da in Schwaben was eingetragen? Wird der genutzt? Also ein bisschen gemischt die Reaktion. Ja, bei uns ist es auch relativ drüber wachsen. Also die Leute, die aktiv sind, die tragen das schon in Redmine ein und dann wird es automatisch eingetragen. Also das funktioniert schon halbwegs. Aber ich würde auch gerne alle Stammtische davon überzeugen, dass sie das regelmäßig tun. Wenn nicht, tue es ich manchmal. Also was aktuell noch fehlt, ist eine kleine Funktion für wiederholende Termine, damit man nicht jedes Mal die Sachen neu machen muss. Es gibt eine kleine Erleichterung. Man kann die Termine kopieren. Also wenn man jetzt regelmäßig Termine hat, einfach kopieren, Daten ändern und so weiter. Ja gut. Das ist üblich. Man kann sortieren. Und ich dürfte hier auch irgendwas bearbeiten. Gut, ich bin jetzt nur Testbenutzer. Ich darf hier nichts. Als Admin dürfte ich jetzt hier sagen, okay, der Termin wurde abgesagt oder sowas. Also hier wäre quasi ein Menü-Status. Da könnte ich drauf gehen, abgesagt, fertig. Wird dann auch automatisch im Event-Kalender abgesagt und es geht eine E-Mail auf die E-Mail-Liste abgesagt. Also das ist schon ganz hübsch. Kann man auch alles richtig einfacher erweitern. Ich habe das ziemlich schnell hinbekommen. Leider sind E-Mail-Listen nicht ganz so flexibel. Mit Discourse wäre es wahrscheinlich besser. Das hat auch eine API. Da könnte man noch besser die Informationen austauschen. die Datei-Ablage. Also findet man dann unsere Vorstandssitzungen, die Aufzeichnungen, die Protokolle und so weiter. Das Schöne ist, wenn man die Sachen in Redmine einträgt, man kann die innerhalb des Systems schön verlinken. Es gibt da diverse Abkürzungen. Aber man muss sich jedes Mal diesen Link rauskopieren oder so. Das geht ein bisschen einfacher. Es gibt in Redmine auch eine Hilfe. Was kann man so alles tun damit? Das ist leider nicht wirklich vollständig. Ich habe mal ein bisschen angefangen, das Ganze zu beschreiben. Also wenn man jetzt gerne wissen würde, wie kann ich ein Pad einbinden? Das ist sehr schön. Man kann an beliebiger Stelle in jedem Freitext einfach ein Pad einbinden. Also ich habe ein kleines Plug-in gebastelt oder abgeändert, mit dem man diese Pads einbinden kann. Man kann sagen, woher kommt es? Man kann auch Teampads einbinden. Funktioniert sehr gut. Also man kann einfach in dem Ticket ein Pad in den Beschreibungstext reinbauen und kann dann gemeinsam dran arbeiten. Oder man kann es auch in Kommentaren einbauen, was noch nicht so schön ist, aber würde theoretisch auch gehen. Man kann in dem System irgendwie alles kommentieren. Also man kann zu einem Ticket in den Kommentar schreiben und zu News, glaube ich, auch. Genau, da gibt es mal ein Beispiel. Hier unten ist ein Pad eingebunden und taucht auch hoffentlich auf. Also einfach so ein Frame hier. Dann könnte man sich hier auch anmelden und würde das dann hier sehen. Hat den Vorteil, dass man die Pads einfacher wiederfinden kann. Also ich habe immer das Problem, wenn da schon 200 Pads im Team offen sind, dann eher schwierig. Und hier ist es relativ einfach zu finden. Also ich gebe Infomail in die Suche ein und bekomme dann gleich hier mein passendes Pad dazu. Was ich eigentlich finden wollte, genau, Business-Basis-Artikel. Schade. Sehr schön. Also hier gibt es dann die Hilfetexte. So ein Business-Basis-Artikel kann ich ein Pad einbinden. Da ist dann genau beschrieben, wie das funktioniert. Also man fügt dann einfach im Text so ein Dings hier ein, schreibt dann hin, wie das Pad heißt und läuft. Und da gibt es auch noch mehr Informationen. Also es gibt ein Redmine-Projekt für die Weiterentwicklung unserer Benutzung. Und es gibt eben dieses Business-Basis-Teil, in dem einige Sachen beschrieben sind. Also wenn jemand noch mal genau wissen will, wie funktioniert XY, dann werde ich da einfach noch mehr Artikel einfügen. Das sind leider noch ein bisschen wenig. Und da gehe ich mal kurz noch zum Landesvorstand. Also wir haben jetzt mal nur die Suche benutzt. Man findet damit alles, kann recht gut filtern. Man kann sich aber auch die Projektstruktur mal anzeigen lassen. Sieht so aus, also man sieht hier nicht alle, es gibt noch wesentlich mehr Projekte, die sind dann eben nicht öffentlich. Ich sehe jetzt hier nur die öffentlichen Projekte. Und dieses Überprojekt in den meisten Bezirken ist öffentlich. Am interessantesten ist die Oberpfalz, wie gesagt, wenn man da mal aufklappt, sieht man die ganzen Projekte wieder. Kann man weiter zum KV und so. Also eine schöne Baumstruktur, alles schön aufgeräumt. Landesvorstand gibt es hier oben. Der nutzt das momentan nur für die Umlaufbeschlüsse. Also man geht hier auf Umlaufbeschlüsse und bekommt dann hier alles, was behandelt wird. Also die vierte Funktion, das sollte man einfach mal ausprobieren. Also hier werden jetzt nur Umlaufbeschlüsse angezeigt, die noch offen sind. Ich kann mir auch genauso gut nur die geschlossenen anzeigen lassen. Sortierung. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, man kann ja noch mehr Filtern hinzufügen, wenn man... Was macht ja noch Sinn bei Umlaufbeschlüssen? Zugewiesen an vielleicht. Mal schauen, ist es zugewiesen an... David. Okay, Autor, ich mach keinen Sinn. Na, gibt's keine. Okay, wenn ich hier gibt's etwas. So, es gibt noch ein Testprojekt hier unten. Also jeder, der einfach mal irgendwas ausprobieren will, gibt von mir her einen Zugang und kann dann einfach mal wild drauf losbauen. Man kann hier nichts kaputt machen. Da zeige ich mir noch kurz, wie man ein Ticket anlegt. Also hier im Testprojekt darf ich das als Testuser. Also hier oben sieht man, wer denn hier so alles Rechte hat. Also wer ist Admin. Also ich bin jetzt hier als Admin eingetragen, darf also alles tun. Ich darf also auch ein neues Ticket anlegen. Ich bekomme da einfach hier ein Formular. Titel ist immer Voraussetzung, Beschreibung muss nicht sein. Und den Ticket-Typ legt man über diesen Tracker fest. Wenn man jetzt zum Beispiel mal auf Termin wechselt, bekommt man hier eine andere Auswahl von Feldern, was halt zu einem Termin passt. Das sind ja auch zufällig die gleichen Felder, die im Eventkalender existieren. Also damit es auch schön übertragbar ist. Also Adresse und so weiter. Beim Status, da gibt es jetzt auch eine etwas andere Auswahl bei einem Termin. Der kann irgendwie neu sein. Also er ist noch nicht bestätigt. Man kann ihn dann später bestätigen. Man kann ihn auch absagen. Man kann ihn auch so einrichten, dass jeder Benutzer oder jedes Mitglied Termine eintragen kann. Bei denen ist es dann so, die haben nicht das Recht, den Termin zu bestätigen. Die würden dann einfach mal das Vorschlag reinschreiben. Und ich sage dann als Projektbetreuer, also erstmal stellt das Mitglied das Ticket auf. Bestätigen. Ich sehe das dann und kann dann sagen, okay, der Termin passt. So kann man machen und man kann auch jeder einfach frei Termine reinschreiben lassen. Je nachdem, wie man das generell hätte. So. Das ist ganz interessant. Je nach Status gibt es gewisse Felder, die eingetragen werden müssen. Also zum Beispiel bei einem bestätigten Termin brauche ich unbedingt eine Startzeit und einen Veranstaltungsort. Wenn ich jetzt versuche, den so zu speichern, kriege ich hoffentlich eine Fehlermeldung. Genau. Startzeit muss ausgefüllt werden. Wenn der Termin noch neu ist, dann ist es egal, dann kann man die Sachen erstmal weglassen, wenn es noch nicht feststeht. Sobald man dann eben versucht, auf bestätigt zu wechseln, muss man die Sachen eingetragen werden. Solche Sachen kann man alles komplett frei definieren, also da kann man sich die wildesten Dinge überlegen, wenn man das wirklich braucht. Man könnte sich auch irgendwelche Checklisten anlegen bei Aufgaben, also wenn irgendwelche kleinen Teilaufgaben auch voranfallen, einen Fall hier unten eintragen. Es gibt hier noch Beobachter. Das Ganze ist so aufgebaut, dass Beobachter alle Änderungen an Tickets automatisch per E-Mail bekommen. Auch ganz nett bei Redmine ist, dass man auf die Benachrichtigungen antworten kann. die Antworten werden dann einfach als Kommentar unten angehängt. Man kann auch andere Sachen damit tun, also man kann zum Beispiel auch Umlaufbeschlüsse per Mail abstimmen und dann gibt es einige Möglichkeiten. Also ich könnte jetzt hier unten sagen, die Astrid soll bitte informiert werden, wenn sich hier irgendwas ändert. Also ich würde dann sie als Beobachter hinzufügen und beim Anlegen würde sie dann auch schon eine E-Mail bekommen und bei jeder Änderung. Ansonsten was man noch wissen sollte zu den Benachrichtigungen, die kommen unter Mein Konto. Kann man das hier einstellen, also es gibt Leute, die würden gerne alles per E-Mail haben, die würden dann das noch deaktivieren, dann kriegt man auch für die eigenen Änderungen nochmal eine E-Mail als Backup quasi. Und kann auch sagen, okay, für alle Ereignisse in meinen Projekten, dann wird man wirklich zugespammt, so die Extreme-Einstellung. Sinnvoller ist es ja, man sagt, für alle Ereignisse in den ausgeweiten Projekten, dann kann man sich bestimmte Projekte raussuchen, für die man gerne immer eine E-Mail bekommen würde und ansonsten kriegt man nur eine Benachrichtigung, wenn man als Verantwortlich eingetragen ist oder als Beobachter. Man kann auch sagen, ich habe keinen Bock auf E-Mails, ich sage einfach, ich hätte gerne gar nichts. So, das war es dann so grob. Gibt es da jetzt ein paar Fragen? Ja, schön. Einfach der Reihe nach. Du hast gesagt, wir können Endtermine eintragen, wie schauen da die Eskalationsstufen aus? Oder welche Eskalationen gibt es da? Eskalationen gibt es im Grundsystem keine. Es gibt da einige Plugins, die sowas reduzieren, aber da müsste ich jetzt mal nachschauen, was man da machen kann. Also, so aktuell passiert einfach gar nichts. Also, der Termin kann einfach ablaufen und da passiert gar nichts? Genau. Okay. Also, es gibt Plugins für Benachrichtigungen, die dann nochmal drei Tage vorher eine E-Mail verschicken oder kann man beliebig einstellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Haben wir jetzt noch nicht so wirklich gebraucht, wer das haben will. bitte an mich wenden, kann man sich mal anschauen. Kalenderübersicht für Tickets. Was ist heute fällig? Was ist heute fällig? es gibt einen Kalender. Also, in der Urpfalz ist heute sicher nichts fällig, aber ich kann mal auf den Kalender gehen, da sieht man dann hoffentlich den Termin für Montag. Genau. Also, Montag hätte man noch die Vorstandssitzung. Hier, den Freihafen in Ringsburg, also nennt ihr den Stammtisch. Genau, da gibt es hier den Bezirksparteitag. Auch immer mit den ganzen Daten hier im Pop-up. Also schon ganz nett. Dann ist das Ganze geeignet für Mailings an Mitglieder? Für Mailings an Mitglieder? Hm. Man könnte natürlich sagen, alle tragen sich im Projekt ein irgendwie als Mitglied, dann schreibt man einfach in die News und dann geht eine E-Mail an alle, die das eben aktiviert haben. Also, wenn ich jetzt hier sage, ich habe ich habe jetzt hier alle Mitglieder irgendwie drin, wenn die das dann aktiviert haben in ihrem Profil, dann würden die eine E-Mail bekommen, wenn ich hier eine neue News schreibe. Ich bin deswegen drauf gekommen, weil du ja die Kontaktdatenbank und die muss man ja dann aus Wertmann auch irgendwie anschreiben können. die perverse Idee alle Mitglieder dort als Kontakt hinterlegen und die dann so missbrauchen. Ja gut, das wäre schon ein bisschen extrem. Momentan haben wir nur Vorstände mit drin. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen aufwendig, die alle reinzubringen. Man könnte das Werk in Zukunft automatisieren, weil wir wollen ja sowas wie L-Dub aufsetzen und da hätte man dann auch eine Möglichkeit, die Benutzer alle automatisch reinzuziehen. Das wäre sicher machbar. Du nimmst mir das weg, weil ich habe mir das auch oft geschrieben. Wie schaut denn das aus mit dem Datenschutz wegen der personenbezogenen Daten in der Kontaktdatenbank? Also die Datenbank ist nicht öffentlich. Da hat nur der Landesvorstand Zugriff und ich. Als Betreuer. Wie schaut es aus mit einer Twitter- oder Facebook-Anbindung? Facebook, keine Ahnung. Ich habe Facebook noch nie benutzt. Twitter müsste man sich mal überlegen, aber sowas kann man bestimmt relativ einfach bauen. Also das irgendwie Twitter auszuschicken, wenn sich irgendwas ändert. Also das halte ich für simpel. Weißt du, dass man sagt, ich trage es jetzt wirklich nur an einer zentralen Stelle ein, den Termin und es wird mir im Bayern-Kalender angezeigt, das wird mir auf Twitter und auf Facebook. Ja. Also wäre eine gute Idee, ja, könnte man machen. Also halte ich für relativ einfach. Okay. Keine Ahnung. Ja, ja, nur für Termine, logisch. Ja, wenn man es macht, funktioniert es für alles. Also man kann dann auch beliebige Digrets da rüberschicken, wenn man das haben will. und du hast es nur kurz angeschnitten mit den Umlaufbeschlüssen. Mich würde es mal interessieren, wie das dann genau funktioniert, ob man dann wirklich parallel fahren kann. Sprich, ich kann einmal hier das Ticket bestätigen oder ich kann dann eben als User oder halt als Vorstandsmitglied einfach nur eine Mail schicken, wie das dann ausschaut. weil so diese typischen Ja, Nein, dafür, dagegen, wie das dann RedMind auswertet. Also über die Ohrfläche, ich kann jetzt mal hier nochmal so ein Testteil anlegen. Also für einen Umlaufbeschluss, was beschließen wir? Reis und Kost. Reis, Zigarettenpause, ja. Apfelpause. Naja. So. Also ich würde es erst mal anlegen. Einfach mal leer. Ein Datum kann man setzen, wenn man in der GO irgendwelche Limits eingetragen hat. Wir haben zum Beispiel drei Tage, also würde man sagen, sagen wir ungefähr Dienstag. Also die Vorstandsmitglieder würden dann einfach auf Bearbeiten gehen, wäre eine Möglichkeit und würden dann... Sie würden jetzt automatisch auch eine E-Mail bekommen. Ja, genau. Also wenn sie es nicht deaktiviert haben, klar. Also das wäre schon sinnvoll, wenn sie vier das Umlaufbeschluss Projekt dann die Benachrichtigung aktivieren. Weil ich möchte das halt so einfach wie möglich halten. Ja. Also die kriegen jetzt eine E-Mail, lesen sich das durch. Oh, jetzt ja oder nein. Genau. Müssen sie sich jetzt extra einloggen oder hätten die jetzt einfach nur die Möglichkeit zum sagen Antworten mit ja? Also es geht auch, ich kann es auch nochmal kurz zeigen. Also die meisten machen das über die Webauflege. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand per Mail macht. Ja, wenn es jemand gerne machen würde, ja. Also es geht natürlich auch. Ich würde jetzt hier sagen, Abstimmung, ja. Wer tritt? Und? Ihr seid's B's. Wir kennen doch nicht. Tritt dann zum Wissen. Genau. Nein. Als Favorit. Es gibt auch noch eine schnelle Variante, wenn man irgendwie zehn Umlaufbeschlüsse hat. Na, das sind jetzt ziemlich viele Sachen. Schauen wir mal, hat sich der versteckt? Ich kann jetzt hier auch gleich direkt rechts draufklicken, kann man sagen, Abstimmung, stellvertretender Vorsitzender. Ne. Und da kann man dann auch gleich 20 markieren und sagen, nein. Für die Leute, die gerne alles ablehnen. Also man kann hier einfach mehrere Sachen markieren, jetzt habe ich leider nur einen, doch, ich habe es gar nicht mehr im Laufe des Schlüsse. Ich kann jetzt sagen, alle drei. Ich mache jetzt alle drei auf, nein. Ja. Per Mail, da müsste ich mal schauen, meine Mail ist. Also es würde so aussehen, man sieht einfach von E-Mail, in der die ganze Information drinsteht, was hat sich aktuell geändert? Also wenn ein Vorstandsmitglied abstimmt, kriegt man auch Abstimmung geändert auf Ja. Also wenn man es per Mail ändern will, müsste man einfach die erste Seite schreiben, Ab, also genau wie das Feld hier heißt. Also Abst, stellvorsitzender, Doppelpunkt, Ja. Ja, nein, nicht heute, würde gehen. Man muss ein bisschen aufpassen, weil man muss es auch eigentlich genauso hinschreiben. Wenn es dann irgendwie anders drinsteht, dann wird es nicht erkannt vom System, logischerweise. Okay. Ja. Also es ist eher für, ja klar, es ist eher für Leute, die sich ein bisschen auskennen, sag ich mal, für jeden Anwender, ich würde es nicht empfehlen, weil die vertippen sich überall, also fehlt dann mal irgendwo ein Punkt oder so, das ist immer, ich kenne es einfach dann, sieht man dann die E-Mails, die dann falsch geschrieben sind. Aber es geht im Prinzip auch so. Auch hier wird jetzt die Frage noch von der Berechtigung, mit der Vererbung. Das wird wahrscheinlich von oben nach unten wieder vererbt. Genau, kann man einstellen. Ich habe hier wahrscheinlich auch ein paar Unterprojekte, genau, Termine. Wenn man sich mal die Einstellungen anschaut, man kann hier sagen, Benutzer erben. Dann wird einfach alles vom übergeordneten Testprojekt übernommen. Also die gleichen Benutzer haben dann genau die gleichen Rollen in dem Projekt. Aber da muss ich dann schon beim Anliegen aufpassen, dass Sie dann das eben vererbt wurden? Das kann man jederzeit ändern. Also wenn ich jetzt hier sage, Benutzer erben, ich schaue mal kurz momentan, was hier aktuell erlaubt wäre. Da bin jetzt nur ich als Projektadmin drin. Wenn ich die Benutzer vererbe, dann müssten da noch zwei, drei auftauchen. Genau. Die kann ich jetzt hier auch nicht löschen, weil die einfach vererbt sind. Also wenn ich die dann einfach wieder abschalte, verschwinden die einfach wieder. Na gut. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gelöscht. Ja, geht. Das ist eigentlich klar, weil es war vorher schon als Rolle angelegt und taucht dann einfach wieder als bearbeitbare Rolle auf. Also quasi die Rechte von oben, die haben mehr Priorität. Also die werden einfach dann drüber gestülpt. Man kann es auch ein bisschen konkurrieren machen. Man kann sagen, man erbt von oben quasi die Rolle Mitarbeiter und kann dann hier nochmal sagen, okay, die hat jetzt auch in diesem Unterprojekt noch mehr Rechte. Also kann ich sagen, bearbeiten, das gilt dann auch nur für dieses Unterprojekt. Also das ist eigentlich maximal flexibel. Da kann man nicht mehr viel mehr sich ausdenken. Und diese ganzen Rollen kann man sich selbst definieren, was die alles dürfen. Ist man da nicht so optimal. Also im Projektabstatt könnte man sich noch sinnvollere Bezeichnungen ausdenken. Also Medienlisten zum Beispiel gibt es als eigene Rolle. Da gibt es ein paar Spezialeinstellungen, damit die Benachrichtungen alle richtig ankommen. Aber es gibt jetzt keine Schnittstelle zu Disqus im Moment, oder? Ne. Sollte aber kein großes Problem sein, weil beide haben eine Rest-AP. Das kriegt man schon relativ einfach hin. Aber wir hatten mal von der Schwaben-IT her eine Testinstanz auch von Redmine, aber das hat sie irgendwie nie durchgesetzt. Weil wir hatten nie jemanden, der sich da richtig ausgekannt hat bei Redmine. Das war halt eine Testinstanz. Weil das schaut halt schon komplett anders aus wie halt Out-Aufball-Box. Ja. Also da ist schon sehr viel angepasst. Die Oberfläche, die habe ich so selbst ein bisschen farblich angepasst. Ist jetzt nicht super schön, weil ich kein Webdesigner bin, aber man kann auch andere Designs auswählen, wer da gar keine Lust drauf hat. Es gibt auch was Moderneres. Das sieht dann ein bisschen anders aus. Genau. Wer unbedingt ein neues will, der gibt es im Internet Tausende. Also wer auch eins bauen will, meinetwegen. Die Schweizer haben sich eins gebaut. Das wollte ich auch noch kurz zeigen. Die haben ein recht interessantes Redmine. Da kann man sich viele Ideen holen. Die sind wahrscheinlich so am weitesten vorne. Wie gesagt, die haben das Wiki abgeschafft. Die haben auch keine Mail-List und so, wie ich weiß. Die haben nur das Forum und Redmine. Also das ist bei denen schon recht ursichtlich. Und da ist auch ein bisschen Hilfe hier. Man findet alles. Also das ist wirklich schön gemacht. Die Meurer aus der Schweiz, die ist total Redmine-Fan und hat das also in den letzten Jahren so aufgebaut. Sehr schön. Bevor ich jetzt abgebe das Mikro. Wir haben ja noch Wanninger. Du hast vorhin in einer der ersten Folien, man könnte den Wanninger im Prinzip ablösen durch Redmine, was glaube ich andere Gliederungen ja schon gemacht haben. oder sie benutzen überhaupt keine OTRS mehr. Was machen wir jetzt in Bayern in Redmine und was machen wir in Wanninger? Also Wanninger sind ja die typischen Tickets wie zum Beispiel Support und so weiter. Also der Fokus ist ein bisschen anders von OTRS. Also das ist ja eher so ein System, um auf Mail zu antworten. Das ist recht Mail-zentriert, würde ich mal sagen. Also es geht immer darum, auf eine Mail zu antworten. Hier ist auch eine Mail-Funktion drin, aber die ist jetzt eher so nicht so wichtig, sage ich mal. Ich habe ein bisschen was dazu gebaut, ich habe ein kleines Plug-in gebaut, um so diese Mail-Funktion hinzuzufügen. Kann ich auch mal zeigen, was da so möglich ist. Also das ist nur ganz am Anfang, ich habe mal einen Tag mich hingesetzt und ein bisschen rumgebart. Aber wenn mehr Leute Lust haben, das als Ticketsystem zu nutzen, als Warnersatz, dann würde ich da einfach mal weitermachen und Ideen sammeln, was hätten wir gerne. Also der Bundesvorstand, der ist auch ein bisschen dabei, da umzustellen. Also die haben ein Plug-in dafür, das ist aber glaube ich noch nicht so weit, also es ist relativ neu. Es gibt eins, das kann man sich kaufen für knapp 100 Euro. Das funktioniert auch, wird glaube ich in Berlin benutzt. Ich habe jetzt einfach mal angefangen, die Grundfunktion selbst zu bauen, weil ich gerne ein bisschen was anderes hätte. Ich kann es mal kurz zeigen. Schon wegen Datenschutz und so. Genau, es gibt ein Modul namens Pirate Helpdesk, das ist mein eigenes Plug-in. Jetzt muss ich mal schauen, ob man da irgendwann ein Ticket hat mit dem richtigen Typ. Also Mails werden als Ticket mit dem Tracker Anfrage erstellt. Jetzt muss ich jetzt mal die Anfrage mit rein konfigurieren. Müsste erst auch nicht gehen. Genau. Hier rechts gibt es dann zwei neue Buttons, Mail-Antwort. Also mir war es wichtig, jetzt die Mails nicht in so ein Webaufjekt zu schreiben. Ich hätte gerne mein Mail-Programm. Also wenn ich hier draufgegeben würde, wäre so ein Mail-Link eigentlich mein Mail-Programm geöffnet. Bei mir zu Hause geht es. Also man würde einfach dann hier in dem Mail-Programm den Text, also die Beschreibung hier als Zitat kriegen. Könnt ihr da seinen Text reinschreiben als Antwort. automatisch wird dann im CC Redmine eingetragen. Es gibt dann wieder eine Kopie an Redmine, wird da als Kommentar eingetragen unten. Man sieht dann den ganzen Verlauf. Also man kann mit dem Benutzer dann von außen einfach per Mail kommunizieren und er muss jetzt nicht sich in der Redmine anmelden. Der wird dann quasi so als Pseudo-User im Hintergrund angelegt. Also er könnte später auch mal sagen, ich will jetzt gehen mal selber rein und da irgendwas ändern. Also es ist noch ganz am Anfang, aber ich finde schon mit sehr wenig Aufwand recht hübsch. Also vermeidet auch doppelt die Antworten. Also wenn man die mal per Mail antwortet, kriegt er keine Benachrichtigung von Redmine mehr. Also wenn der schon registriert ist, kriegt er nur die Mail-Antwort persönlich und nicht nochmal extra die Redmine-Antwort. Hier ist jetzt ein neuer Kommentar. Also das habe ich schon eingebaut. Ist recht schön erweitert. Also das finde ich sehr sehr angenehm. Also man könnte auch dann wieder die Antworten dann als Kommentar auftauchen und dann kann man wieder als Mail-Antwort zitieren und wieder antworten. Mich hat eben bei Warninger immer gestört, dass ich nicht mein Mail-Programm benutzen kann, sondern immer dieses komische Formular kriege und das ist nicht so mein Fall. Und ich habe auch mal versucht einfach auf die Benachrichtigung zu antworten und das kannte ich von Redmine. Ich antworte jetzt einfach mal auf die Benachrichtigung. Gut, geht leider nicht bei Warninger. Schade. Also was momentan noch nicht geht in Redmine ist sowas mit verschlüsselten E-Mails, wobei das ist auch in Warninger noch eher schwierig. Also ich glaube, das ist jetzt bei der neuen Version geplant. Also Niki baut ja ein neues System auf. Das Problem ist so ein bisschen, Niki ist so eher Warninger-Fan, habe ich das Gefühl, und Mark Warninger überhaupt nicht. Und ich habe noch nicht herausgefunden, warum eigentlich. Also ich bin dann ein bisschen am forschen. Es ist komisch, also 80% sagen, das System ist total toll. 10% sagen, es ist total unbenutzbar. Und 10% sagt, ja, okay. Das ist interessant, ich habe noch nicht ganz herausgefunden, was es liegt. Ich denke, dass man die meisten Kritikpunkte auch per Konfiguration ändern könnte. Also er hat mir schon ein paar Sachen gesagt, die habe ich dann relativ schnell umsetzen können. Wenn da jemand irgendwelche Wünsche hat und sagt, das geht überhaupt nicht so. Also man kann sehr viel machen, man kann hier neue Links einfügen, wenn man jetzt speziell etwas haben will, wenn man gleich eine Übersicht für Umlaufbeschlüsse haben will oder so weiter. Also es ist recht flexibel. Aber die ursprüngliche Frage, für was benutzt zum Beispiel der LV wird man nur als Kontaktdatenbank und? Also auf Landesgebene Umlaufbeschlüsse und Kontaktdatenbank, genau. Obenfalls, wie gesagt, fast alles, was man so intern machen kann. Und dann gibt es noch verschiedene KVs und Beziehungsverbände, die es einführen wollen oder gerade testen oder schon nutzen. Also ist mir ein bisschen schwierig, man muss den Leuten das einfach persönlich zeigen und dann sind sie meistens interessiert. Also so von selber kommt keiner drauf. Es ist auch relativ schwierig, das so zu vermarkten. Da müssen wir ein bisschen mehr Wehung machen. Und das Gute ist, die Leute können sich da eher selbst verwalten. Also man kann die Rechte als Vorschau selbst vergeben. Bei Warninger muss man jedes Mal an den Support schreiben und das ist schwer zu delegieren. Hier kann ich die Artenrechte delegieren und dann können die Leute selbst als Projekt entscheiden, wie er alles rein darf. Gut, jetzt komme ich vielleicht mal dran. Nachdem das ja eigentlich ein klassisches Projektmanagement und ein Ticketsystem dafür ist, wir verwaltigen das glaube ich ein bisschen für etwas anderes. Wenn ich jetzt sowas wirklich als Projekt nicht als Bezirksverband nehme, sondern als Unterprojekt wie eine Veranstaltung und dann habe ich einfach 20 Aufgaben zu verteilen. Einer kümmert sich in den Saal, einer kümmert sich um den Table Dance und einer kümmert sich um das Catering oder sonst was. Und diese einzelnen Punkte muss irgendjemand abarbeiten, Termine und so weiter. Das lässt sich hoffentlich damit alles irgendwie lösen oder fangen wir da wieder an, das irgendwo von Hand nebenbei zu machen. Also Aufgabverteilung ist ja im Prinzip das Urthema von Redman. Das ist Projektmanagement-Tool und das funktioniert nicht am besten. Also die anderen Anwendungen wie Termine, das war so mehr ein Experiment von mir, aber funktioniert trotzdem recht gut. Das ist schon flexibel. Ja, aber diese Vorgaben dazu, die Veranstaltung ist immer das gleiche, ich brauche eine Genehmigung, die Pansale ist immer das gleiche, ich habe eine Demo, ich brauche eine Genehmigung, ich brauche diese und jenes, das sind immer die gleichen Punkte und wenn ich den ganzen Wahlkampf anlege als Projekt, dann brauche ich auch immer die gleichen Punkte oder wieder, wiederholen sich immer wieder, das muss man ja alles hoffentlich irgendwie als Vorlage ablegen und sage ich, okay, jetzt Typ Projekt, eine Infoveranstaltung, ein Infostand und dann brauche ich die 17 Punkte, wer macht die und wann sind sie erledigt. Und dann, wenn ich alle Haken habe, weiß ich, aha, hier liegt die Genehmigung, am besten noch, die Genehmigung eingescannt und da liegt sie, das Budget dazu vielleicht noch und dann am Schluss wissen wir, wer hat gepennt und wer ist nicht dran. Genau. Ich finde es auch sehr gut, dass man die Tickets, das wäre so meine, also die Haupt, das Interessante an Redman ist eben, dass man die Sachen schön verbinden kann, also man kann Tickets eben relativ einfach verlinken, man kann Unteraufgaben definieren, man kann sagen, die Aufgabe ist Nachfolge von dieser Aufgabe und sowas, das ist so ein bisschen das Kernthema von Redman, dass man die Sachen vernünftig managen kann. Kann ich das vor definieren, sage ich, ich nehme jetzt diese 17 Aufgaben einfach mal definieren, weil das ist bei jeder Infos, die Stand immer das Gleiche, das Prozedere. Ja, es gibt ein Plugin für so Vorlagen, das könnte man damit machen, wobei das wäre wahrscheinlich vielleicht so eine Aufgabe für ein Spezial-Plugin, dass man sagt, ich schreibe das einfach mal und man kann dann mit einem Klick dann 17 Tickets anlegen, die alles umfassen oder so. Ja, so eine Projektvorlage, das wäre echt gut, das könnte man mal einführen. Da müssen wir mal definieren, was man da alles braucht und ob das wirklich dann allgemein nützlich ist. Also da habe ich gleich eine Rückfrage zu dem, was AP gemeint hat. Du hast jetzt so 0815 Aufgaben, sage ich mal, und du musst Aufgaben, willst du zuweisen. Müssen dann die Leute sich diesem Projekt, weil ich glaube, mich zu erinnern, früher musstest du dich einloggen oder dich registrieren lassen und dich diesem Projekt irgendwie zuordnen. Wenn die Leute jetzt schon mal registriert sind, kann ich dann die Leute auch direkt dann mit reinnehmen ins Projekt? Ja, klar. Also am besten geht es über Gruppen, wie gesagt. Also wir haben eine Gruppe für Mitglieder, Gruppe für Vorstände und man kann dann die Rechte global vergeben für alle der gleichen Ebene. Also wenn man für jede Person einzeln das nochmal neu konfigurieren müsste, das wäre schon eine relativ verlässliche Die Gruppenfunktion ist nicht so lange drin. Also ich glaube, es gibt es vielleicht seit drei Jahren oder so und es wird auch ständig erweitert. Da hat sich sicher viel getan im Vergleich zu dem alten Redminder, wo man noch alles per Hand konfigurieren muss. Denn mittlerweile geht es schon viel mehr automatisch. Gruppen sind sehr praktisch für alle. Also das würde jetzt heißen, auf den HP-Seilf-Frage zu kommen. Wenn ich jetzt so ein Wahlkampf oder Infostand-Team aufstelle, könnte ich da eine Gruppe definieren, die sich halt so nennt und die gleichen Personen drin lassen und das Ding einfach immer wieder aktivieren. Ja, könnte man machen. Ja, dann habe ich noch eine Frage und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Bart ja vorhin was gefragt in Richtung mit Ja-Nein beantworten, also simpel. Das ist ja dann praktisch wie ein Umfragetool, wie so eine Art Lime-Survey. Könnte ich damit auch realisieren, wenn möglich, oder? Ja, also es wird ein bisschen schwierig, weil man muss für jede Person ein Feld definieren und ja. Also was für jemand, der viel Zeit und Muße hat. Und dann habe ich noch eine Frage. Ich bin natürlich jemand, der nicht mit linearen Strukturen aufgewachsen ist, sondern anders. Ich habe sehr viel mit Organigrammen gearbeitet. Das war für mich immer wichtig. Das hat man mit der Hand gezeichnet. Kann man Organigramme in Redmine anlegen? Organigramme jetzt wie so Organisationsstrukturen oder sowas, also irgendwie wäre es verantwortlich. Genau, Organigramme. Das ist eine vernetzte Struktur. Also man kann immer sagen auf so eine Frage. Es gibt bestimmt irgendwo ein Plugin dafür. Also ich habe noch keins gesehen, aber es würde mich nicht wundern, wenn es sowas gibt. Also irgendwas soll ich schreien. Du hast den Job. Organigramme. Müsste man echt mal schauen. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Was ich noch kurz zeigen will, also hier hätte man mal das Bezirksparteitagsprojekt der Oberpfarrer jetzt für den nächsten Bezirksparteitag. Also Motor ist nicht so viel drin. Also Streamotechnik, da kümmert sich der Sebastian drum. Die Einladungsmeldung macht der auch. Verifizierung und so weiter. Ja, und diese Aufgaben sind ja immer die gleichen. Ja. Jeder Bezirksparteitag, jeder Kreisparteitag, jeder muss auf diese blöden Veranstaltungen inklusive Aufstellung so sein, hat immer die gleichen Punkte. Scheiß. Und hinterher vergisst man die Scheiß, Entschuldigung, ich sage, Wahlurdenkiste zu organisieren. Und dann steht der Fortschritt publikiert den blöden Karton her mit dem Schlitz. Und das vordefiniert ist und das sich einer mal überlegt hat, vernünftig und wenn man es dann vergessen hat, ah, so müssen wir noch einschreiben. Ja, im Prinzip kann man das ja auch als eine Art Checkliste machen, dass man eben so ein Vorlagending aufmacht und dann gleich vorgeschlagen bekommt. Diese 20 Unterprojekte wurden in der Vergangenheit bei LPT angelegt, kurz über alten Haken rein, anschließend absenden, dass die auch angelegt werden. Christian hatte vorhin gefragt, nach dem Thema Eskalation, nochmal Nachfrage, heißt es, dass ich benachrichtigt werde, dass ein Termin ansteht, das ist hier im Moment nicht implementiert, habe ich das richtig verstanden? Wir hatten bei uns in der, ja ganz, ganz am Anfang der Landtagswahlkampfzeit auch mal mit dem Redmine gearbeitet, da war es dann sogar so, dass ich im Extremfall täglich meine Mail bekommen habe, du hast noch folgende Tickets offen, da ist also in der Richtung im Moment gar nichts drin. Also wir hatten früher mal ein Plugin dafür, aber das hat dann mit der neuen Version nicht mehr funktioniert, aber ich denke mal, aktuell wird es wieder gehen, ich habe jetzt noch keine Anfange bekommen in der Richtung, aber wenn es jemand braucht, wieder Zeit, würde ich mir das mal anschauen. Also fände ich letzten Endes schon wichtig, weil sonst brauchst dann wieder den einen, der obendran quasi das Projekt verwaltet komplett, der dann seinen Leuten wieder hinterher rennen muss und hast du schon nachfragen muss. Klar, man kriegt dann eine Mail, wenn er hat, aber wenn er nicht hat, wäre halt schön, wenn man nicht selber den Reminder spielen müsste. Genau, steht schon quasi auf der To-Do-Liste, das habe ich mir schon länger mal geliebt. Und so Projektvorlagen, also wir werden das auch sicher an der Unima brauchen, also wir wollen den Wissenschaftlern dann quasi so einen, Skelett anbieten und da geht es auch genau in die Richtung, dass man sagt, man legt sich für irgendein Projekt eben sein passendes Projekt an und dann hat man gewisse Sachen, die schon vordefiniert sind. Also sowas werde ich garantiert mal implementieren, das ist sicher sehr wichtig. In dem Fall vielleicht auch einfach, dass ich dann in so eine Vorlage auch weitere Unterprojekte reinmachen kann, die ich jetzt selber meine, sinnvoll bei dem Projekt Parteitag nutzen zu können, die dann vielleicht auch gleich in der Gesamtvorlage wieder als Checkliste erscheinen. Man könnte es ja einfach als Projekt anlegen irgendwo, dann definieren, das Projekt ist eine Vorlage und es wird dann irgendwo neu angezeigt, wenn ich ein neues Projekt anlege, dass man sagt, Vorlage Projekt XY und dann kriege ich automatisch so ein Bezirksparteitagsprojekt. Das wäre schon echt schöner. Projektzuweisungen gehen nur an User, die auch hier bereits im Redmine angemeldet sind oder kann ich da, wenn ich die Mailadresse habe, den sozusagen eintragen, dann kriegt der automatisch eine Mail mit irgendeinem Bestätigungslink, den er einmal klickt und dann ist er automatisch angelegt. Oder wie sieht das aus? Also es gibt ein Plugin für externe Nutzer, da könnte man einfach eine Mailadresse reinschreiben und der wird dann per Mail benachrichtigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das haben. Also es ging mal. Also es gibt ja auch so Leute, die dann 25 Aufforderungen brauchen, sich in so einem Tool anzumelden, dass man irgendwas delegieren kann, um dann dem quasi auch ohne Adminrechte vorausgreifen zu können und dem trotzdem was zuzuschieben. Ja, zum Beispiel. Da gibt es aktuell nicht drin, aber es gibt es. Also einfach mehr Adressen eintragen als Liste und dann werden die benachrichtigt. Ich habe mir zu den Zeiten irgendwann mal eine App runtergezogen, eine Redmine-App, wenn du jetzt sagst, hier ist relativ viel verändert und gebohrt worden, fürchte ich, dass die App, die ich habe, wahrscheinlich nur noch Datensalat liefert. Habt ihr hier irgendeine mobile Anwendung oder eine App, wo ihr wisst, mit der wird das Ganze auch mit den Änderungen brauchbar dargestellt? Ja, ich schaue so alle drei, vier Monate mal, was es so gibt und dann taucht meistens eine neue Anwendung auf. Das ist echt schlimm. Es gibt mittlerweile für Android, glaube ich, fünf, sechs oder so und keine, die hundertprozentig funktioniert hat, zumindest beim letzten Test. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, drei, vier Monate. Da gab es eine neue, die sah echt gut aus, war aber ziemlich instabil. Die werde ich demnächst mal wieder testen, weil sowas wäre schon echt schön. Tickets, Anzeigen klappt noch immer, bei den Details wird es dann eher schwieriger, bei Android. Im Prinzip ist es nicht schwierig, die Schnittstelle ist relativ simpel, sowas zu schreiben ist eigentlich kein großes Thema. Müssen wir mal wieder testen. Wenn ich das jetzt hier gerade sehe, es gibt immer noch das Feld, wo ich die Prozente der Erledigung eintragen kann. Wir hatten in der Vergangenheit mal die Situation, dass ein User ein Projekt abschließen wollte, für das er auch täglich eine Mail bekommen hat und dann irgendwie an zwei, drei verschiedenen Stellen, also erstmal hier die 100% erledigt und dann irgendwo anders den Abschließen-Button und auf einer dritten Seite nochmal einen Abschließen-Button drücken muss, bis dann tatsächlich das abgeschlossen war. Ist das bei euch immer noch etwas komplizierter in der Art oder habt ihr das etwas vereinfacht? Also wenn man es gar nicht will, kann man dieses Prozent-Fell auch einfach abschalten für den Tracker, also das ist die Ersmöglichkeit. Ich glaube, es wird automatisch auf 100% gesetzt, wenn man auf abgeschlossen geht. Da gibt es auch irgendeine Erweiterung dafür, das habe ich auch schon mal gehabt. Bei den Checklisten ist es ganz interessant, wenn man da irgendwie fünf Punkte definiert und dann einen Punkt abhakt, dann ist man automatisch hier auf 20%. Es gibt hier ein paar so Verbindungen, um das jetzt automatisch zu ändern. Checklisten ist ein guter Punkt nochmal. Du hattest da vorhin irgendwie geklickt, was geschrieben, irgendeine Taste gedrückt und schon war ein schönes Fels da, aber welche Tasten du geklickt hast, weiß ich natürlich gerade nicht. Es war nur Enter. Achso, nur geändert. Genau, den Feld hier. Was eingegeben, Enter. Alles klar. Also es ist sehr angenehm, wenn man da jetzt mal klicken müsste, dass wir nicht so schön haben. Wie hast du es abgesendet? Das konnte ich natürlich jetzt hier auf dem Monitor nicht sehen. Aber so ist es nachvollziehbar. Will jemand den Knochen haben? So. Darf ich beim Masken-Teil nachfragen? Wenn du jetzt das Ticket anlegst, kannst du das als Vorlage definieren? Für sowas gibt es gleich noch kein Plug-in. Es gibt eins, da kann man Vorlagen definieren, aber das ist nicht wirklich schön. Da muss man in der neuen Maske dann irgendwas zusammenbauen, aber das ist nicht so toll. Also ich würde es einfach so machen, dass man ein Ticket anlegt hier unter dem Sack-Vorlage. So etwas werde ich mal bauen wahrscheinlich. Das ist so die Beste, mir unterdenke ich. Ja, ist alles Open-Source. Also meine Plug-ins sind alle im GitHub-Repository der Bayern-IT. Da gibt es eins. Redmine ist sowieso Open-Source. Also es ist alles richtig einfach. So, also solange ich hier den Knochen habe, hört man euch nicht und man sieht euch nicht. Darf ich meine Frage stellen? Danke. Wir sehen, es gibt eine hohe Konfigurierbarkeit, viele Plug-ins, viele Optionen. Wer konfiguriert das? Und für wie viele Leute? Ja, es ist schon ein bisschen umfangreicher. Man kann schon viele Sachen auf Projekte konfigurieren, also wer sich da ein bisschen damit beschäftigt. Ja, das war bei uns nämlich das Problem. Man kann eine Menge konfigurieren, aber wenn man es nicht bedienen kann, funktioniert es nicht und dann wird es logischerweise auch nicht angenommen, weil das Tool zwar tausend Möglichkeiten bietet, aber die Bedienbarkeit jenseits eines Bachelors, was er neuerdings ist, ja, wer unter dem Bachelor ist, kann das Ding halt nicht bedienen. Also ich denke, für Anwender ist es schon bedienbar. Also wenn es um Konfiguration geht, klar, das ist schon ein bisschen nachwinniger. Da muss man sich schon länger damit beschäftigen, weil es dann was für die Möglichkeiten gibt. Hast du da einen Plan, wie man das einfacher machen kann? Weil je einfacher das zu bedienen ist, desto leichter kannst du das ausrollen an die Leute? Die Konfiguration und Vereinfachung wird schwierig, also das hier zu ändern. Da ist es am besten, mich zu fragen und ich versuche dann die Leute zu schulen, dass sie dann auch selbstständig konfigurieren können. Deswegen ja auch meine Idee, das Ganze als Vortrag Rettbein und Muttersprache, damit dann auch jeder versteht und noch mitkommt, um was geht es da eigentlich. Bei mir war es ganz einfach. Als wir den Wahlkampf vorbereitet haben, hatten wir diese Geschichte mit dem Aufgabe erledigt, dann diesen Button zu drücken, dass es komplett abgeschlossen ist und dann hat mir das Scheißding dauernd nur die 80% angezeigt, über die ich eigentlich raus wollte, weil es erledig war. Und am Ende habe ich dann dem, der es gemacht hat, der Michael, der jetzt anscheinend beim Rauchen ist oder wo auch immer, eine Mail geschickt, dass es erledigt ist. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht sinnvoll, also dann brauche ich kein Redmail. Wenn ich weiß, ich habe das zu tun und ich muss dann dem anderen eine Mail schicken, dann brauche ich kein Programm dafür. Und solche Dinge, wir haben x Leute, die wollen sich eben nicht in der Tiefe damit beschäftigen, die wollen andere Sachen machen. Und dann muss das wirklich, wie der Bastian sagt, einfach simple funktionieren. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Und das auch in der Alltagssprache zu übersetzen, in dem man gewöhnt ist. Also, als ich das erste Mal durch das Wort Ticketsystem gehört habe, so war der Klassiker, sage ich, was gibt es da? Schiffsfahrkarten, Bahnfahrkarten oder Kinokarten? Und da muss man dann fragen. Also, was ich ein bisschen schade finde, es gibt relativ wenig Dokumentation dazu. Das war auch so mein Problem am Anfang. Mittlerweile gibt es was kostenloses von iPhone Notes aus München. Die haben jetzt mal so angefangen, hier ein kostenloses Redmine-Buch zu schreiben. Kann man sich mal anschauen. Da ist auch eines beschrieben zur Administration und so. Das ist schon recht hübsch. Ist auch deutschzählig, ja. Und mal ein Organikrat. Ja. Also, iPhone Notes.de, das ist ganz hübsch. Also, ich mache einfach mal Wirbung für die. Habe da nichts zu tun, aber ist ganz nett gemacht. Auf Englisch gibt es natürlich viel mehr Elfwickler, aber ist schon ganz nett zu lesen. Okay. So, jetzt komme ich wieder zu meiner ursprünglichen Frage zurück. Da kommen wir an mal. Du wirst es jetzt irgendwie verkaufen, dass wir das auch in Schwaben einführen. Genau. Wie schaut es aus? bleibt es dann in der Hoheit von Schwaben? Also, sozusagen auf der, auf dieser Instanz von Bayern, oder? Wird es mit drauf, damit es auch auch inter, zwischen den einzelnen Bezirken auch funktioniert, wahrscheinlich die Aufgabenverteilung auch. Man kann ja auch etwas verteilen zwischen den Bezirken oder zwischen dem Landesverstand und den Bezirken. Macht mehr interessant, oder? Hört es bei den Bezirken auf, oder bis zu den KVs runter und deren auch noch. Oder blasen dann das Ding so auf, dass das kein Mensch mehr bedienen kann, weil wer kennt sich jetzt in einem KV aus und macht irgendwelche Rechte und es kann auch nicht sein, dass wenn dann sieben Bezirke dranhängen, dann läufst du hier auf den Knien daher und kommst von der, zu nichts mehr, weil dann wirst du von 500 KVs mit Arbeit beschäftigt für RedMind. Ja, wir bräuchten mal ein RedMind-Team, denke ich, auf Neuesebene, das wäre schon echt hilfreich. Ich werde auch schon, dass ich auf Bund, die es eben nicht mal aus organisieren kann, dass es auch so, dass es 50 RedMind-Admins gibt, die eben parallel arbeiten, also da wird auch schon viel Zeit verschwendet. Wenn man da so ein Team hätte, das sich darum kümmert, auf Tonis- und Landesebene, das wäre schon sehr schön. Das ist vielleicht eine kurze Antwort. Nicht er will uns das verkaufen, sondern wir, beziehungsweise auch Thomas, wurde auf Landesebene angesprochen, dass es dieses Tool doch gibt und dass die meisten es nutzen und es sinnvoll wäre, dass wir es auch nutzen. und dann erst er versucht, sich das einzuarbeiten, er hat dann doch gewisse Hürden aufgebaut und dann hat er, der typischen Arzt, du hast den Job, war er auf dem LBT nicht schnell genug weg und dann hat Thomas ihn verhaftet für heute, in der Hoffnung, dass wir über dieses Tool ein bisschen näher was erfahren, was kann man damit machen, wie sinnvoll ist es, wie einfach ist es, ist es ein Tool, das uns die Arbeit schwerer macht, weil es oben drauf die Toolverwaltung knallt oder kann es uns die Arbeit tatsächlich auch leichter machen. Das wollten wir heute hören von ihm und werden dann zumindest mal, erst mal für uns auf Bezirksvorstandsebene darüber reden, ob wir mit diesem Tool arbeiten wollen. Das ist dann natürlich für Kreisverbände etc. weiter runter eine persönliche Entscheidung. Das wollen wir genauso wenig überschulden wie bis Kursumzug oder ähnliches. Aber wir wollten den Anfang machen, weil wir die Anregung nicht bekommen haben. Meine Idee ist ja auch so, vor allem auf die Bezirksvorstandsebene zuzugehen und die sollen es dann weitertragen wie die KVs, wenn sie das wollen. Also deswegen gehe ich ja vor allem auf Bezirksvorstandsebene treffen und stelle es da vor. Das ist auch bei der Kontaktdatenbank genauso. Wenn ich mich um alle KVs kümmere, dann werde ich wahnsinnig. Wenn ich mich nur um die Bezirke kümmere, dann geht es noch. Also ich habe gesehen, du hast für den Bezirksparteitag schon was eingestellt gehabt. Lässt sich das noch so weit erweitern, dass man auch Anträge einstellen kann, die auf diesem Bezirksparteitag behandelt werden sollen? Ja, da gab es schon einige, die das gemacht haben. Also es gab in Mecklenburg-Vorpommern, die machen das seit Jahren so. Die verwalten quasi die ganzen Anträge zu den Parteitagen per Redmine. Haben dann auch ein schönes Skript, das automatisch ein Antragsbuch baut und sowas. Das ist sehr angenehm. Wir haben das für diesen LPT in Bayern auch geplant gehabt, aber ich hatte leider zu wenig Zeit dafür. Beim nächsten Mal würde ich das auch so umsetzen. Das Schöne ist ja auch, dass die Versammlungsleitungen schon oft mit Redmine arbeiten. Gerade auf Bundesebene hat sich da ein Team herausgearbeitet, die wirklich intensiv mit Redmine arbeiten. Also jede Aktion auf dem Parteitag wird ja als Ticket angelegt. Also irgendjemand kommt und sagt, ich würde gerne einen Gastvertrag halten, dann wird ein Ticket angelegt. Und die haben dann für einen Parteitag vielleicht 1.000 Tickets oder so. Aber wirklich jeder Antrag ist als Ticket eingetragen und so weiter. Und die machen die ganze interne Kommunikation damit. Und wenn natürlich die Leute die Anträge gleich in Redmine einreichen würden, wären natürlich noch besser. Dann wird das Ganze noch mehr vereinfacht. Aber wie gesagt, es gibt auch schöne Schnittstellen. Also man kann auch einfach ein Formular bauen, irgendwo auf der Webpress-Seite und kann dann einfach das Ticket automatisch anlegen lassen. Da muss sich jeder in Redmine direkt rein. Sondern man kann eben von außen über ein Formular einfach das Ganze ein bisschen schöner machen. Und dann bin ich definitiv dafür, dieses Ding auf Bezirksebene einzuführen. Weil was wir momentan mit dem Wiki veranstalten, das ist einfach nur noch krank. Ja. Also wenn ich sehe, was für Zeit in das Wiki investiert wird, und ich finde das Wiki eher noch komplizierter als Redmine. Das Problem ist, man weiß nicht, wo man anfangen soll. Diese ganzen Templates sind so furchtbar kompliziert, als wenn man sich so ein Antragsportal sich anschaut. Da vergisst man irgendwo mal eine geschweifte Klammer und das ganze Layout sieht dann aus, wie zufällig zusammengewürfelt. Oder dann nichts mehr zu erkennen. Und das dann zu deepbacken, also ich bin da als Software-Beckler sogar überfordert irgendwie und denke mir, das ist wirklich so eine Geheimwissenschaft und da traut sich ja irgendwie keiner ran. Also wenn wir jetzt gerade dieses BO-Antragsportal zum Beispiel, das ist der reinste Horror, da werden die anderen mal da angezeigt, mal da, und ich weiß nicht warum. Also es gibt sich diese mysteriöse Sprache, DPL oder jetzt S, wie heißt es, Semantik, Media-Wiki. Das ist wie so eine wie so eine Zaubersprache hast du im Mittelalter. Ich weiß nicht, das ist dann so, keine Ahnung, Alchemie. Auch sind die Dinge beschwören, das ist so. So, jetzt muss ich leider ein bisschen dagegen sprechen, nicht gegen das Redmine, aber die Entscheidung, ob das eingeführt wird, glaube ich, ist hinfällig, weil das ist eigentlich, muss ich das von oben her bestimmen, sagen, das muss ich machen. Weil die Kammerverwaltung, wenn man, das ist wie eine zentrale Buchhaltung, die muss auch gemacht werden, als ehemaliger Staatsmeister, muss ich das leider befürworten, und als ehemaliger Bezirksvorstand ebenfalls, das gehört, ich frage mich, warum wir das vorher schon eingeführt haben. Das müssen Sie bezahlen. Nein, nein, die Frage ist, ich weiß, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gab es diese Entscheidung nicht, das System, da gab es das Manninger, die da schimpft drüber. Ja, Redmine kommt gerade in den Fragen.de. Ja, ja, das, ja, ich weiß, ich war da mit dabei, aber das war damals eine ziemlich katastrophale. Implementierung, sage ich jetzt mal, aber wenn man das jetzt bayernweit für alle Bezirke einführt, bin ich der Meinung, also das, da wird es keine Frage, ob ich da mitmache oder nicht mitmache, ich finde das eher fahrlässig, wenn man da nicht mitmacht. Also, ich weiß nicht, warum man da rumdiskutieren muss, ob man das einführen will. weil, ich bin da schon der Meinung, dass das einfach, auch jeder, als Basis jetzt, muss ich sagen, muss ich da tun, das Wiki ist eine Katastrophe. Ich werde es dir gleich geben, stimmt er da insoweit natürlich zu, weil, ich glaube, was wir als Bezirksvorstand benutzen, ist unsere Sache, nicht die Sache der Basis. Bei dem Diskurs ist es ein bisschen anders, weil das sollen die ja auch benutzen. Zum einen sicherlich das, zum anderen macht es immer Sinn, wenn man etwas benutzen möchte, wenn man sich Gedanken darüber macht, sich erstmal schlau zu machen, wie geht das, kann ich damit umgehen, wie ich eben schon sagte, ist es für mich in der Arbeit eine Unterstützung, die mir die Arbeit einfacher macht oder muss ich, wenn ich so ein Projekt wie hier das Schwabenplenum mache, dann nochmal ein Drittel der Zeit aufwenden, um das Ganze im Redmine-Tool zu pflegen, dass auch alles mit Tickets und so schön gemacht ist. Den Eindruck muss man erstmal gewinnen. Und dann letztendlich deine zentrale Buchhaltung, das haben wir irgendwo in irgendwelchen Satzungsgeschichten oder gar in irgendeiner Bundesgesetzgebung oder sowas verankert. Hier haben wir die Vorschrift nicht. Ich erachte es auch als sinnvoll, aber entscheiden muss es dann halt doch das Gremium, das damit arbeiten will. Und es bringt auch nichts, wenn ich dann nachher im Gremium unter fünf Leuten drei habe mit einer ausreichenden Akzeptanz und zwei, die das eher boykottieren als damit arbeiten, dann hast du mit dem Tool gar nichts gewonnen, sondern musst den Zweinen hinterher rennen und für die die Klicks machen oder für die dann quasi die Tickets nochmal neben dem Programm her laufen lassen. Das hatten wir zum Beispiel bei uns auf KV-Ebene, dass wir einen halt hatten, die damit gar nichts zu tun haben wollten. Macht schwierig und deswegen natürlich wichtig, auch vorher die Information zu bekommen. Und ich hoffe, der Rest des KVs, des Vorstands, des Bezirks, saß auch am Stream die letzte Stunde. Hat noch jemand was? Also ich glaube, auch mit Schwabenplenum und Faktenplenum und so, ist das halt eine Sache, dass man das einmal anregt, wenn man es jetzt richtig verstanden hat. Und dann aktualisiert man halt die entsprechende Vorlage an ein paar Stellen, aber die Struktur steht im Prinzip. Das Faktenplenum wurde ja auch mit Redmai organisiert. Also der Klaus hat auch die E-Mails in Redmai empfangen und dort abgeheutert. Also wenn sich jemand angemeldet hat, hat er eingetragen, okay, habe ich jetzt erfasst und so weiter. Hat funktioniert. Also Ohrfragen ist auch ein bisschen dabei, das jetzt einzuführen. Die nutzen so ein bisschen. Wunderbar. Das Ohrbein nutzt für die Unabhängnisse auch. Und ja, die KVs. Da ist es immer so, dass bei KVs immer einfach schon sagt, okay, wir machen das. Der nächste Vorstand, der lässt dann wieder einschlafen. Ich glaube, das ist immer das Problem. Ja, ich denke auch in Hinsicht dahin, dass wir jetzt etliche KVs haben und haben werden und vielleicht nicht mehr in voller Struktur arbeiten, wird da auch etwas mehr an Arbeit auf den Bezirk zukommen. Und dann wird es vielleicht nicht schlecht sein, wenn wir was haben, was uns der Routinen einfach abnimmt, damit du nicht jedes Mal wieder von vorne abhängst. Ich meine, es ist schon albern genug, wenn wir eine Bezirksvorstandssitzung haben mit Mambel, dann fangen wir tatsächlich, also ich fange damit an, dass ich eine Wiki-Vorlage kopiere, um Tagesordnung zu haben. Ja, genau. Hat noch jemand Beiträge und Fragen? Ich kann mal kurz die Kontaktdaten machen, so zeigen, wie das aussieht. Also ich habe die Gliedungen als Unternehmen eingetragen, also es gibt so die Funktion, Unternehmen einzutragen. Ich habe es einfach mal umbenannt, heißt jetzt bei uns Gliedungen. Wir gibt es dann in Ruhrfalz, die übliche Informationen, die Internetadresse und so weiter, Twitter kann man eintragen. Und auch schön, man kann auf Kontaktliste gehen, das ist jetzt intern, also das sehe ich jetzt nur ich. Da sieht man dann die ganzen Leute, die dazugehören, welches Abteil haben. Also ich bin, ich stehe mich in der Vorsitzende. Und natürlich auch meine Daten, es gibt dann so Tags, also ich kann dann zum Beispiel alle Schatzmeister herausfinden, die es im langen Verband gibt oder sowas. Das wäre finde ich am wichtigsten, dass die Kontaktdaten manchmal aktuell wird. Und da ist dann auch wichtig, dass die Bezirksvorstände dann die Kreisvorstände entsprechend dreht und dass sie ihre Daten weitergeben. Also das ist wirklich auch sübsch. Und wenn der Landesverstand zum Beispiel eine spezielle Abfragung hat, ich hätte gerne alle Bezirksschatzmeister oder sowas, dann kann ich das einfach dann selbst mal über das Auffall bauen. Das geht nicht alles über die Urfläche, aber das meiste ist einfach über das Sippa. Die Gliederung ist öffentlich, das würde jeder sehen. Also wenn man einfach mal einen Ruhefahrt sucht, kommt man dann auch auf das hier. Das ist schon sehr wichtig für mich. Und intern, also wenn man die Rechtshaut, sieht man ja auch die Leute, die uns auch wieder. Können später, aber so machen, dass man die Profile öffentlich macht. Jeder Glieder ist drauf. Das ist ja schon fast wie ein Reit und Gramm, als dem, was im Befeil wird. Ja, genau. Also wenn man nichts mehr ist, dann sind wir da durch, oder? Oder hast du noch was am Herzen? Ich rede gerade. weil diese Kontaktgeschichte wäre es im Sinn, wenn jeder mal neue Daten überprüftet, die alle passen. Zugang aus Türen. Da müsste es auch direkt werden, oder? Zugang zu was? Ja, allgemein zu Redmine und dann zu dem entsprechenden Projekt, also Kontakt-DB-Schwaben. Allgemein zu Redmine habe ich keinen Zugang. Dann sollte ich es ändern. Also wir jetzt... Das ist das erst mal bequiesen. Also... Die Kontaktdatenbank, die ist auf Freisebene, das müsst ihr eigentlich tun. Das gibt es für keinen Zwang, aber es wäre schon sehr sinnvoll. Also unsere High-Speed-Kommunikation mit dem Internet schaut so aus, dass ich diese Woche erfahren habe, dass wir einen Google-Account haben. Gut. Ich kann mal kurz hingehen... Der Schatzmeister signalisiert mir gerade mit wenig, dass er nie was davon wusste. Google-Kalender oder sowas. Also hier gibt es die Kontaktdatenbank Schwab natürlich hier. Wo war es hier? Ich habe schon ein bisschen versucht, die Kontaktdaten aus dem Wiki zu extrahieren. Also wenn ich immer gesehen habe, da wird etwas gewählt, das ist natürlich nicht vollständig auf Bezirks-Ebene, aber ich denke, auf Bezirks-Ebene habe ich jetzt schon alles gut erfasst. Ich habe da glaube ich alle Kontaktdaten gecheckt. Das hat man damals am Landesvorstand gecheckt und hat es gleich in den Seiten angekommen. Aber das war Sache, wie gesagt, was soll das? Also ich habe euch schon vorgeschlagen auf dem Bezirks-Vorschnell-Treffen, dass wir immer das ganze Thema Account-Anliegen und so umdrehen, dass die Leute einfach ein Formular ausfüllen, die finden dann ein Web-Formular, tragen ihre Kontaktdaten ein und dann läuft alles automatisch. Also ich kann mit dem Formular in Daten kann ich automatisch dann die Leute in Redmine anlegen, ich kann denen dann die E-Mail-Zugänge verschaffen und so weiter. Also es wird dann quasi Artikel auf der Tagstuhl für die bei einer Twitter und dann wird die Artikel zum Künstler aufarbeiten. Momentan ist es einfach ein Desaster, wenn die Leute einfach Freitext irgendwas an die Support-Adresse schreiben, finden dann eine E-Mail-Wanninger und dann manchmal kommt es sogar vor, dass zwei Forschungsmitglieder gleichzeitig die Sache beantragen und sowas, das ist einfach grauenhaft. Wir würden es lieber dann eher so als Push machen, also wir sagen, wir hätten nur gerne Daten von euch und legen dann alles andere automatisch an. Das wäre müsste ich jedes Mal fragen, wir hätten gerne Zugang zu dieser Mail-Liste. Ihr müsst alle auf die Bezirks-Vorschnell-Mail-Liste oder auf die Fragest-Liste oder sowas. Das wird dann auch gerne vergessen und wäre für uns auch eine Arbeiterleitung, wenn wir das so machen, einfach nur die Kontakte. Also ich habe keinen Zugang zur Verwaltungsliste Bayern. Wurde abgelehnt mit der Begründung, ihr seid kein Verwaltungsmensch, ich bin nur Vorsitzender. Was mich nicht stört, ist weniger Arbeit, ne? Ja, das wird dann auch so laufen bei dem Formular, dass dann einfach ein Feld existiert, wo man dann seinen Punkt überlegen kann und dann kann man eben ankreuzen, ob man Verwaltung ist oder nicht und dann wird man dann richtig eingetragen, wenn das passt. Kommt dann auch irgendwann in den nächsten Wochen. Und das muss man auch kommunizieren, dass dann die KVs alle wissen, dass es sowas gibt. Es gibt ja dieses Vorstands-How-To, wer kennt das? Vicky hat der Wolfgang mal ein schönes How-To geschrieben. Inzwischen kenne ich es, ja. Es ist wirklich, es steht alles drin, was man braucht, unglaublich. Es ist zwar kein Vorstand, aber er hat alles sehr gut erfasst. Und das Hauptproblem ist wieder, dass es einfach nicht bekannt ist. Wenn die Leute sich daran halten würden, wäre das alles so einfach. Vor allem, ja eben, es ist How-To-Vorstand, glaube ich, ganz einfach, aber da kommt man sich keiner drauf. Es ist, glaube ich, nirgends verlinkt. How-To-Vorstand, doch. Wenn man es sucht, findet man es. Man muss aber wissen, dass es existiert. Ja, das ist auch schlimm. Das ist wie mit dem Einhorn. Wenn man es sucht, findet man es. Solange man weiß, dass es existiert. Das Schöne ist, über so ein How-To-Vorstand kann man auch die Änderungen kommunizieren. Also wenn sich irgendwas ändert bei uns, wenn wir sagen, es läuft jetzt ein bisschen anders, das irgendwie manuell an euch zu verteilen, ist ja unmöglich, wie man sieht, als wenn sich irgendwas bei uns ändert. Es ist einfach, passiert auch für Hörensagen, dass einer gibt es weiter und es verbreitet sich dann so meistens über 80% der Leute und der Rest weiß einfach nie Bescheid. Das ist bei uns einfach das Problem mit der Kommunikation. Das müsste man mal angehen, demnächst. Ich finde es auch schön, mit so einem Projekt kann man auch die Sachen und den nächsten Vorstand vielleicht einfach übergeben. Also ich ändere einfach die Mitglieder der Gruppe und der neue Vorstand hat dann einfach die gleichen Rechte und kann dann einfach sich die alten Beschlüsse anschauen. Hat gerne die gleichen, gleich Ansicht quasi drauf. Und man muss ja nicht zum Manuel oder das in die Hand weiterleiten. Wenn ich mir jetzt nicht täusche, habe ich den Verdacht, dass da hinten einer sitzt, der sich damit schon mal auseinandersetzt in Richtung Bezirksparteitag. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, das war klasse. Jetzt habe ich auch ein bisschen verstanden, warum ich damit nicht reichkommen bin, weil es schlicht und einfach nicht ausgereift war. Und ich glaube, das ist eine Chance, eine weitere Chance, gewisse Routinen einfach zu verbessern und zu automatisieren und damit einfach sich mit Zeit fressern, sich von Zeitfressern zu befreien und Dingen, die einfach wahnsinnig aufwendig sind, die man nicht haben muss. Und wir werden das sicher besprechen in den nächsten Tagen und wir haben ja einen Vorstand, der sich jede Woche trifft und sehr fleißig ist und dann kommen wir da sicher weiter. Du hörst also garantiert von uns. Wo ist eigentlich euer Bezirksparteitag? In Günzach. Wo liegt das? Das liegt so ähnlich wie Markt Oberdorf, ein Stückchen hinter Kaufbeuern, aber Richtung Kempten, da gibt es einen Bahnhof 150 Meter weg vom Gasthaus Hirsch, da ist der Parteitag, alle zwei Stunden kommt da Zug an, du kannst natürlich auch kommen, wenn du willst. Ja, ich schaue mal, ob ich Zeit habe. Deutschlands höchstgelegener zweigleisiger Bahnhof. Also, das ist immerhin ein Grund, warum man einmal im Leben hinfährt. Okay, dann sage ich danke, klasse. Wenn nichts mehr ist, dann können wir jetzt noch die nächste Apfelpause machen. Also zum Thema Installation, da hatte ich auch mal früher eine Folie, also man kann Redminein auch in zehn Minuten installieren, wenn es sein muss. Ich habe da was gebaut, das quasi alles automatisiert. Aber die Installation ist unglaublich aufwendig, also ich habe da Tage, Wochen lang gesessen. Jetzt habe ich es einfach automatisiert und jetzt geht es relativ simpel. Aber das muss nicht jeder installieren, sondern du hast ja einen Webzugreif. Also jemand, der es in seiner Firma nutzen will oder privat, was auch immer. Also es ist jetzt halbwegs benutzerfreundlich. Weil das ist wirklich eine Geheimwissenschaft, das alles korrekt hinzubringen. Gibt es auf GitHub, kann ich mal zeigen vielleicht. Ist momentan noch nicht ganz echt, interessanterweise. Viele sagen, Chira ist viel besser als Redminein. Ich habe es noch ein bisschen genutzt, aber ich finde es relativ ähnlich, muss ich sagen. Das ist ja das Beste dran. Das ist eben das Problem, ich zahle da ein Haft Geld dafür und kann es noch nicht anpassen. Redminein zahle ich nix und kann es relativ simpel einfach anpassen. Ich weiß, dass es für Open Source Projekte kostenlos ist, aber wenn man es wirklich dann kommerziell nutzt, ist es dann nicht so gut. Also ein Hintergedanke war natürlich auch die Idee, die ich auch ein bisschen in der Zeitung versucht habe, zu kommunizieren, dass man ein Gespräch mit Vereinen oder anderen Organisationen vorstellen kann, dass man so ein Thema hat, so eine Möglichkeit hat und den praktisch anzubieten. Wenn ihr euch damit befassen wollt, wenn ihr das einsetzen wollt, dann kommt zu uns. Ich kann ein bisschen positive Ausgleichung plötzlich machen. Ja klar, gehen spenden, logisch. Also da ist mein Redmine Installation Playbook das alles automatisiert. Ist ein bisschen komplexer. Also man kann es mit Chart-Einstellern einfach so installieren. Das geht relativ einfach. Aber ich habe mal noch beschrieben, was man da so alles anpassen kann. Das ist natürlich sehr auffällig. Es wird noch einfacher demnächst. Also da kann man sich einfach so einen Docker-Container runterladen, starten und läuft. Sehr angenehm. Ist noch nicht beschrieben, aber kommt demnächst. Also ich benutze das momentan für fünf Server, glaube ich. Wir haben bei mir an der TU zwei, also einen Test-Server und für die Softwareentwicklung eine Redmine-Instanz. Dann Spine-Redmine. Dann Piraten ohne Grenzen, die haben ein Redmine von mir. Und mein privates, genau. Demnächst kommt dann auch das Bundes-Redmine dazu. Das werde ich dann auch mit dem Dings aufsetzen. Und dann muss ich mit dem Auto kümmern. Naja. Dann kommt irgendwann Europa-Redmine damit... Ja, gibt es auch noch. PPIU, ja. Und PPI. Also ich habe es ganz kurz beschrieben, weil wenn man es installieren will, da gibt es so einen schönen Befehl. Da hat man dann auch ungefähr nach zehn Minuten eine funktionierende Redmine. Wenn man es einfach eingibt. Okay, super. Dann machen wir jetzt noch eine kurze Pause und dann, glaube ich, kriegen wir noch mal was um die Ohren. Bauen wir vorher wegen Sauerstoff. Falls noch mal jemand vorwärts. Ja. Könnt ihr bitte die Tür zusperren? Ja. G aun. Ja. Ich bin Projekt. Wir können mit allen diesen Schaden auch ein bisschen